Hallo zusammen, ich bin Chris, ich bin Silvan und wir nehmen dich heute einen Tag mit als Fachmann-Fachfrau-Betriebsunterhalt in der Fachrichtung Hausdienst. Kommt mit! Ich habe den Beruf gewählt, weil man einen guten Einblick bekommt in viele verschiedene Berufe. Ich habe mich für den Beruf entschieden, da ich zuerst als gelernten Dachdecker die Ausbildung als EFZ abgeschlossen habe und ich nach Vielfalt gesucht habe. Die Tätigkeiten, die mir besonders Spass machen, sind zum Beispiel Möbel montieren oder Sachen reparieren. Und was ich auch noch sehr gerne mache, ist mit der Schuersaugmaschine herumfahren. Was sehr speziell an unserer Gemeinde ist, ist der Zusammenhalt, den wir innerhalb der Gemeinde haben und dass wir immer einen Lehrlingsaustausch haben. Das heisst, dass ich auch mal in den Werkhof habe gegangen und sie zu uns. Ich schätze bei unserer Gemeinde, dass man auch mit den anderen Hauswärten von anderen Schulhäusern in Wohlen Kontakt hat. Ein Benefit ist, dass du mit unserem Bonussystem deinen Lehrlingslohn durch gute Semesternoten aufheben kannst. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass du Ergiz bei uns mitbringst, dass du das Freude für das Schaffen mitbringst. Wenn du lachst, lachen da die Leute um dich herum und das gibt uns allen ein Lächeln und verschönert unseren Tag. Und auf jeden Fall musst du auch das technische Flair haben, weil wir sind immer wieder mit Maschinen, um zu arbeiten und das braucht es einfach. Meine Möglichkeiten nach der Lehre wären einerseits die Hauswärtsschule, das ist eines höher als Fachmann Betriebsunterhalt und der Facility Manager. Wenn dir der Einblick als Fachmann, Fachfrau Betriebsunterhalt, Fachrichtung Hausdienst bei der Gemeinde Wohle gefallen hat, dann behübe dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.